Hallo, herzlich willkommen bei Fidelity. Heute mit etwas ganz Besonderem. Warum ganz besonders? T&A hat eine neue MIDI-Anlage auf den Markt gebracht, die 200er Serie, sage ich jetzt mal. Und rein geschichtlich, wenn ich mal zurückgehe in unserer Zeit von Frank und mir, war die erste Serie, die M-Serie eigentlich damals von T&A. Das war Anfang der 90er Jahre. Frank und ich haben auch Anfang der 90er Jahre begonnen mit dem Geschäft. Und tatsächlich war es so, dass unsere allererste Marke, für die wir autorisiert waren, ich glaube nicht mich zu täuschen, war tatsächlich T&A. Das war die erste, die wir aufgenommen haben, damals noch mit Lautsprechern, sehr, sehr viel Lautsprechern, Triton R90 hießen die, ich glaube R130 hießen sie. Und damit haben wir begonnen. Und damals gab es auch schon eine Mini-Anlage oder besser gesagt MIDI-Anlage von T&A, die M-Serie. Ganz, ganz was Besonderes. Sie galt damals tatsächlich als beste Mini-Anlage oder MIDI-Anlage der Welt. Ich weiß noch, die lag sogar 6000 DM komplett. Für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld für eine Mini-Anlage. Und danach gab es ja die Serie 8. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Die ist mittlerweile ausgelaufen. Das war der Nachfolger, der legitime Nachfolger von der M. Jetzt gibt es die nächste Nachfolgerserie und zwar die 200er. Was habe ich vor mit euch? Ich möchte euch gern drei von vier Geräten heute per Unboxing einmal kurz vorstellen. Aber damit soll das gar nicht beendet sein. Unboxing ist für sich betrachtet immer vielleicht nicht ganz so super interessant, wenn man denn nicht auch noch einen kleinen Hörtest danach hat. Das will ich auch gerne für euch machen. Ich höre praktisch ein, zwei Titel rein und das wird das Video dann auch so, wird das Video zu Ende gehen sozusagen mit der Musik. Ich werde aber noch mal eine kurze Einschätzung geben praktisch dementsprechend. Aber jetzt möchte ich euch erstmal einladen, kurz dran zu bleiben. Und wir wollen jetzt die drei Geräte, die vor uns stehen, kurz unboxen. Ich erkläre ein bisschen was zu den Geräten, sag was sie kosten und was sie können. Und deswegen hoffe ich auf euer Interesse. Bleibt dran, geht jetzt los. Okay, legen wir los mit dem A200, den Verstärker der ganzen Serie. User Manual, Bedienungsanleitung als allererstes erstmal, was ins Auge sticht. Dann haben wir hier die Zubehör-Accessoires. Da ist natürlich nicht besonders viel bei. Wir haben hier das Stromkabel herkömmlicher Natur. Wir haben einmal analog RCA, praktisch Cinch-Verbindung. Und wir haben einmal die IR, das ist natürlich eine Verbindung zwischen den Geräten sozusagen. Das Kabel, das ist sehr kurz gehalten. T&A wird davon ausgehen, sehr wahrscheinlich bei der Kürze, dass die Geräte übereinander stehen werden. Aber das sehen wir gleich weiter. Jetzt kommt der spannende Moment. Zumindest gleich. So. Da haben wir das gute Stück. Also ich kann jetzt schon sagen, unglaublich wertig gemacht. Was sofort erkennbar ist, zumindest für mich, ist die Phase hier. Das ist wirklich angelehnt an die damalige M, beziehungsweise an die 8er Serie von T&A. Das Design hat sich da praktisch nicht verändert, würde ich ganz sagen. Das hat sich definitiv verändert. Aber diese Optik, wenn man früher die alte, vielleicht findet Lukas noch ein Bild von einer alten Serie, erkennt man, dass das wirklich da angelehnt ist. Was sehr wertig ist, jetzt schon, ohne dass man irgendwas mit dem Gerät gemacht hat, hat die Kühlrippen an der Seite. Man muss sich vorstellen, dieser Verstärker hat immerhin 250 Watt an 4 Ohm, 125 an 8 Ohm. Das ist für die Größe ein richtiger Bolide. Der betreibt also wirklich, ich würde mal sagen, so ziemlich jeden Lautsprecher, den wir hier im Shop haben. Ganz, ganz großartig. Hinten kann man unschwer erkennen. Da kann auch Lukas nachher nochmal ein Bild direkt drauf halten. Praktisch XLR Ein- und Ausgang. Dementsprechend RCA, also Cinch in. Dann sieht man hier die A und B. Also sprich, zwei Paar Lautsprecher, die man anschließen könnte. Vorne ist der AB. Die AB-Geschichte. Hier ist die Verbindung praktisch zwischen den T&A-Geräten, die Buchse dafür und entsprechend Strom. Wie immer muss man ja sagen, manche stören sich daran, aber es ist leider nicht zu Ende. Das ist, glaube ich, eine deutsche Bestimmung tatsächlich, dass die Aufnahme für die Bananas praktisch mit einem Stopfen zugemacht werden. Ihr müsst dafür, um die rauszukriegen, muss man praktisch wirklich nur einen etwas spitzeren Gegenstand nehmen und die leicht raushebeln. Ganz vorsichtig selbstverständlich. Dann kann man die rausziehen und dann ist die Aufnahme für Bananas praktisch wieder frei. So, wir kommen zum Herzstück der Anlage. Wir haben den schon mal aus dem braunen Karton befreit. Das war ja doch ein bisschen holprig eben. MP200. MP Multiplayer. Sprich, wir haben ein CD-Laufwerk da drin. Wir haben Bluetooth. Wir haben sehr, sehr viele mögliche. DAB Plus als Beispiel FM. Das sind alles Sachen, die das Gerät praktisch beherrscht. Was es allerdings nicht kann, das zeige ich euch gleich, oder nicht hat, ist eben eine logische Sektion. Das heißt, da kommen wir ja gleich zum DAC 200. Ich kann euch das noch mal ganz kurz so ein bisschen näher ins Bild holen. Ihr seht hier praktisch, zeige ich euch auch gleich nochmal bei den Accessoires wird es zu finden sein. Einmal die Bluetooth Antenne, dementsprechend WLAN Antenne, Radio Antenne. Dann habt ihr digital, also sprich koaxial, optisch digital, LAN Anschluss. Ihr habt alles mit USB. Übrigens bei dem USB zu nennen ist DSD 1024. Kann er abspielen. Das ist eine absolute Besonderheit. Also sehr, sehr hoch aufgelöstes Format. Dementsprechend Strom. Aber das schließen wir gleich nochmal komplett an. Ich zeige euch das nochmal eben im Zubehör. Das, was ich eben euch so gezeigt habe. Da haben wir, wie vermutet, seht ihr hier schon die zwei Antennen. Da sind sie die beiden. Das sind die beiden Antennen, dementsprechend, was wir sagten, WLAN und Bluetooth. Das sind die Aufnahmen dafür, die ihr dementsprechend am Gerät anschließt. Das Rote ist eigentlich nur eine Schutzkappe. Kann man vielleicht noch mal ganz kurz so sehen. Das ist nur eine Schutzkappe letztendlich hier vorne drauf. Wird abgenommen. Die Antenne wird drauf geschraubt. Das wird an dem Gerät dementsprechend angeschlossen und fertig. Dann habt ihr eine Wurfantenne dabei. Die wird man wahrscheinlich in der heutigen Zeit eher selten benutzen, denke ich mal. Zumindest wenn man DAB und auch natürlich Streaming hat. Ihr habt dabei das herkömmliche Stromkabel dementsprechend. Ihr habt noch einen Antennenadapter. Da geht es um Satellit praktisch letztendlich auf Kabeladapter für den Anschluss. Ich glaube, die Fernbedienung hatten wir noch dementsprechend. FM 200. Bei der Fernbedienung sei auch noch mal kurz erwähnt, das ist eine wirklich sehr wertige Fernbedienung. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist aus Metall natürlich, muss man fast schon sagen. Das ist kein Plastik. Das ist sehr wertig gemacht. Sie ist sehr, sehr übersichtlich mittlerweile. Ich komme ein bisschen näher ran. Ihr seht, dass sie praktisch nur noch mit wenigen Tasten bedient wird, sozusagen das Gerät. Das heißt, man wird auf verschiedenen Oberflächen sein. Dazu kann ich gleich nochmal kommen. Das Wichtigste für uns ist eigentlich letztendlich immer Lautstärke und Quellenumschaltung, worauf ich gehen möchte. Und das ist alles wirklich toll gemacht. Für meinen Geschmack zumindest. Ich finde es sehr, sehr gut. Ein Handschmeichler. Ihr seht meine Hand. Das ist eine sehr kleine Fernbedienung, aber es handelt sich auch um eine MIDI-Anlage. Also was soll da auch eine große Fernbedienung? Wobei viele von euch wahrscheinlich das auch per App bedienen würden später. Aber das ist Geschmackssache. Der eine mag das lieber. Der andere mag lieber mit dem Tablet arbeiten. Jeder wie er will. So und in diesem Fall, weil wir nur drei Geräte jetzt hier vor Ort haben. Uns fehlt praktisch der HA200 Kopfhörer Verstärker. Auch ein sehr besonderes Gerät. Den haben wir uns nicht dazu geholt, weil wir die Anlage natürlich so betreiben möchten. Ganz normal natürlich über die Lautsprecher. Und für uns ist es so erstmal vollständig. Aber den gibt es natürlich auch noch. Wir werden noch Bilder einblenden davon, dass hier zumindest aussieht, wie der aussieht. Aber jetzt kommen wir nochmal zum DAC, praktisch zum Wandler. Das ist sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, die Verbindung zwischen den MP und den A200. Weil der A200 das natürlich analog an die Lautsprecher ausgibt. Und der DA Wandler eben digital analog wandelt. Das heißt, was von MP kommt, wandelt der DAC 200 um. Wie üblich die Bedienungsanleitung. Auch hier noch einmal, wie eben schon erwähnt, die FM 200, die kleine wertige Fernbedienung. Ihr habt dabei, das ist natürlich nicht viel hier jetzt in dem Fall, Stromkabel herkömmlicher Natur. Und ihr habt hier noch ein USB-Connection-Kabel dabei. Dieses Gerät, das werde ich gleich sehen, hat eine Besonderheit optischer Natur. Ich persönlich steht da sehr drauf. Aber das ist natürlich Geschmackssache, das ist außer Frage. Das kennt ihr auch von der HV-Serie. Das kennt ihr auch von anderen Produkten. Ihr werdet es gleich sehen. Ich komme einmal ein bisschen näher. VU-Metal. Hier vorne praktisch der Ausschlag des Signals. Ich mag das. Also ich mag sowas sehen auch, muss ich sagen. Ich finde das auch, ich kenne das auch von Yamaha als Beispiel. Jetzt mal haben wir auch viele Videos darüber gedreht. Das ist für manche vielleicht eine Spielerei, Nostalgie. Nennt ihr es, wie ihr es wollt. Ich persönlich mag das sehr. Und es ist eine ganz tolle Geschichte. Hinten vielleicht noch mal ganz kurz. Da seht ihr eben auch. Ich versuche das mal so festzuhalten. Ihr habt XLR, also analog praktisch. Dementsprechend hier nochmal analog in und out. Ihr habt dann die Digital-Sektion hier praktisch. Auch das ist digital. Das ist praktisch vergleichbar eigentlich. Das ist IES EBU. Vergleichbar, wenn ihr optisch mit dem vergleicht, so ähnlich wie RCA mit XLR. Ja, es ist symmetrisch und asymmetrisch. Und das gleiche gilt hier auch. Hier werden ja links und rechts übertragen. Das wird hier praktisch in einem gemacht. Ist eigentlich ein bisschen Studiotechnik wie BNC auch. Aber manche schwören darauf, auch dadurch, dass die Gegenseite das eben auch hat, das Gerät, dass es so übertragen wird. Ihr habt hier dementsprechend auch wieder die E2-Link, also die Verbindung der Geräte dementsprechend. Dann habt ihr übrigens eine Sache, das könnt ihr hier nicht sehen, weil wir es nicht so bestellt haben. Dieses hier, dieses leere Feld, ist eigentlich ein HDMI-Board. Das ist optional, das liegt bei 420 Euro. Wird übrigens werkseitig eingebaut. Das heißt, wenn man solche Geräte bestellt, dann macht das nicht der Händler, sondern ihr müsst das vorher schon ansagen, dass ihr das mit HDMI-Board haben wollt. Gibt es tatsächlich auch mit ARC. Warum will man das hier drin haben? Weil man eben zum Beispiel den Ton des TVs hier rüber mitlaufen lassen will. Dafür macht man das. Viele von euch werden das sicherlich so benutzen, dass es eine reine HiFi-Anlage ist. Aber heute will man alles miteinander verbinden. Und warum soll man den vermeintlich nicht so guten Ton des TVs nicht über die tolle Anlage laufen lassen? Dafür braucht ihr dieses Board oder ihr schließt es natürlich optisch an. Das ist natürlich die andere Alternative. Und dementsprechend Strom. Also alles an Bord, was man braucht. Ja, ihr seht die Anlage jetzt zumindest nahezu in voller Pracht. Drei Geräte davon seht ihr. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Preisen auch, dass ihr das zumindest einmal im Ohr habt. Wir beginnen mal rechts mit dem A200. Der liegt bei 3.790 Euro. Die Geräte gibt es übrigens in Silber und in Schwarz. So werden sie praktisch nur ausgeliefert. Dann habt ihr in der Mitte stehen den MP200 mit 4.390 Euro. Und links habt ihr im Bild DAC200 5.490 Euro. Was ihr nicht im Bild habt, ist eben den HA200. Das könnt ihr euch netterweise Lukas einmal einblenden. Den Kopfhörer verstärkert dementsprechend. Jetzt schließen wir einmal alles an. Dauert einen kleinen Moment für euch wie immer nur eine Sekunde. Aber wir schließen alles an. Wir haben uns hier die Monitor Audio Platinum 200 hingestellt. Darüber wollen wir gleich mal den Test starten. Und ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, wie die klingt. Ich weiß, wie die Platinum klingen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie die T&A sich damit verhält. Aber ich erwarte sehr Gutes. Also bleibt dran. Bis gleich. So ihr Lieben, alles ist scharf geschaltet. Und Lukas wird euch sicherlich ein Bild von der gesamten Anlage nochmal gleich einblenden. Wir haben eben darüber diskutiert tatsächlich über die Optik. Über Optik lässt sich ja entweder trefflich oder gar nicht streiten. Ich persönlich mag es, muss ich sagen. Ich finde auch den DAC200 wirkt zwar von Weitem betrachtet jetzt technisch. Auch das mit den runden kleinen VU-Meter ist natürlich so eine Sache. Ich mag es. Also ich stehe einfach drauf. Ich finde es sieht unglaublich toll aus. Und auch mit dem MP in der Mitte der absolut puristische Verstärker. Der soll ja auch letztendlich gar nichts können. Der soll einfach nur sozusagen verstärken. Und das tut er auch. Ich muss sagen, eine gelungene Anlage. Sehr, sehr gelungenes Design. Aber das konnte T&A schon immer. Wobei es viele wahrscheinlich auch geben werden. Die sagen, na ist mir vielleicht zu puristisch. Da ist zu wenig dran. Also beim DAC200 mit Sicherheit nicht. Das ist schon viel auf kleiner Fläche, sage ich jetzt mal. Viel Informationen, die auf einen zukommen. Das Display übrigens ist so groß, dass man wirklich von hier aus die Sachen lesen kann. Tatsächlich. Ich bin ungefähr in einer Entfernung von, ich würde es schätzen, drei Metern ungefähr. Und alles super. Also ich finde es ganz toll. Ich möchte mit euch eigentlich das ganze Video jetzt kurz beschließen. Mit einem Song, den wir ausgesucht haben für euch. Oder ich in dem Fall ausgesucht. Nee, wirklich. Aber es Lukas ausgesucht hat. Ein sehr schöner Song. Das ist von Jordana Talski oder Jordana Talski. Das Lied heißt Spark. Und es ist ein gute Laune-Song für einen Mittwoch, wo das Ganze hier wahrscheinlich erscheinen wird. Nehme ich mal an. Und es ist toll. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Sound. Und genießt das mit mir mit. Und ich würde sagen, bleibt dran. Viel Spaß. Und ich bin ganz like. Jeden Tag. Ich bin ganz einfach. Ich bin sehr viel für dich. Für mich gibt's Sparks. Und ich bin sehr gut. Ja, ich bin sehr gut. Ich habe mir oft schon viel Wein. Aber ich habe immer zu viel Wein. Und ich habe nicht so vieles. Ich habe immer so vieles. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, liebe Musikfreunde, ich bin wirklich begeistert. Das ist also natürlich, T&A-Klang ist ganz klar, sehr, sehr klarer Klang, wunderbarer Klang, Verordnung perfekt. Gianana steht hier vor mir. Ich bilde mir ein, ungefähr festzustellen, wie groß sie ist, weil sie, also auch von der Höhe her, sah man auch, wo sie gesungen hat. Die Instrumente verteilt die wenigen, der Background-Core natürlich klar zu sehen, wo der steht hier im Raum. Die Platinum Monitor Audio, die Platinum 200 im Zusammenhang mit der T&A-Anlage. Jetzt schon für mich persönlich ein Treffer. Ihr wisst selber, es gibt Kombinationen, die sind nicht ganz so gut, obwohl die einzelnen Komponenten sehr gut sind, aber sie passen nicht so sehr zusammen. Hier würde ich sagen, man sagt so schön gematcht, das ist wirklich sowas von gematcht. Hört sich ganz toll, ganz warm an. Übrigens kann man den Dämpfungsfaktor des A200 sogar etwas verändern. Das verändert tatsächlich den Klang eures Lautsprechers und zwar dahingehend, dass er eventuell, dann, nicht eventuell, sondern er wird etwas wärmer, etwas weicher. Das ist eine absolute Besonderheit, die das Gerät unter anderem als Highlight kann. Das nur nebenbei erwähnt. Also ich muss sagen, eine ganz, ganz gelungene Anlage. Fairer halber muss man aber auch sagen, wir reden hier von, ich sage mal, circa 14.000 Euro, nur für die Anlage wohlgemerkt. Das ist ja auch kein Pappenstil. Das ist natürlich auch wirklich MIDI in High-End, muss man fairer aber sagen. Die Erwartungshaltung darf, finde ich, und sollte und muss auch da sehr hoch sein. Aber T&A hat noch nie enttäuscht. Ich kenne, wie gesagt, T&A, wie ich es am Anfang schon sagte, seit über 30 Jahren. Das ist so mit denen eine lange, lange Zeit. Wir sind seitdem sehr eng, waren bei vielen Messen bei denen, bei vielen Neuvorstellungen auch dementsprechend. Und enttäuscht hat T&A sicherlich noch nie. Es war immer irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Es findet ja auch alles im Haus statt. Die ganze Entwicklung findet im Haus statt. Die kaufen ja praktisch auch wirklich nicht zu. Und da gehört schon einiges zu, auch Entwickler im einen Haus zu haben, die das eben immer weiter und weiter und weiter entwickeln. Also das hier ist ein Wurf. Ich persönlich bleibe dabei. Bildschöne Anlage. Andere werden wahrscheinlich reinschreiben. Hajo, du hast was mit den Augen. Kann durchaus sein. Ist egal. Es ist Geschmackssache. Ich finde die toll. Ich würde sie mir hinstellen. Ganz klar. Platinum 200 noch mal ganz kurz erwähnt. Und auch ein wunderbarer Lautsprecher in dem Zusammenhang. Bass, sehr gut rübergekommen. Nichts dröhnte hier in den Raum. Das habt ihr letztes Mal auch geschrieben bei einem Test, dass der Raum hier so ein bisschen dröhnig ist. Wir sind dabei, den auch neu zu gestalten. Haben schon einiges, einiges, auch Neues jetzt hier wieder drin vom letzten Video aus betrachtet zu heute. Also wir verändern ständig etwas, optimieren auch tatsächlich etwas. Aber es muss fair sein, wenn ihr bei uns hört, irgendwann in einem optimierten Studio und das zu Hause praktisch dann hört, kann es ein anderes Ergebnis geben. Deswegen wollen wir es auch nicht überoptimieren, sondern nur, dass der Raum einigermaßen ruhig wird. Und das findet hier schon mittlerweile statt. Also ihr Lieben, mir hat Spaß gebracht, auch das Unboxing dementsprechend für euch zu machen. Ich finde die Geräte großartig. Die werden jetzt hier ihren Platz finden bei uns. Wenn ihr Interesse habt, die mal zu hören, schreibt eine kurze Mail. Besucht uns gerne. Auch mit den Lautsprechern. Ihr wisst, was wir haben. Ob das jetzt meine Wege eine Monitor Audio ist, eine Bauer und Bildung ist oder selbstverständlich eine T&A selber. Oder auch KEF, was auch immer ihr wollt, was wir haben. Das schließen wir euch an und macht dafür einen Termin. Es reicht ein, zwei Tage vorlaufreichen dafür. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Hoffe, dass euch die Anlage gefällt. Schreibt es in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich antworte gerne darauf, dementsprechend zeitnah. Tja, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Wenn euch das gut gefallen hat, lasst ein Abo da. Da würden wir uns sehr darüber freuen, über Abos. Und wie gesagt, Kommentare sind immer erwünscht. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Euer Hajo. Ciao. 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 Ciao.